Hallo und guten Morgen. Das war jetzt die erste Nacht. Sie war ganz gut. Zwar kam um 1 Uhr noch eine Patientin, aber das war auch ein komplizierter Fall. Danach konnte ich wieder schlafen bis halb 6 und dann habe ich noch eine neue Firmware auf den Atomos Festplattenrekorder geladen, damit ich diese Aufnahmen machen konnte. Euch alles Gute.